Helf und Mika sind stuck. Wenn ich gleich tot bin, ist es einer von den beiden. Sie haben 100, er hat 50. 50% des Gesichts dürfen vermummt sein. Ja, sind ja quasi. Ihr Mund ist nicht vermummt. Das, was bei dieser Zeit sein sollte. Vermummt. Du Opfer. Vermummt. Hallo. Hallo. Du Idiot. Ey, das ist unglaublich. Mit was für Idioten man sich abgeben muss. Soll ich sie mitnehmen? Das sollte eigentlich gar nicht da sein. Ich habe es noch gehabt. Kann es ausparken. Ich kann aber nicht einsteigen oder es wieder einparken. Aua. Ich will den Herrn helfen. Er ist bewusstlos. Ich gucke mal. Ich gucke, ob er... Aua. Komm mal kurz hierher zu mir. Was macht ihr gerade? Ich versuche gerade, Obito zu erinnern und warten. Ich komme, helfe. Oder soll ich den Yannick machen? Einfach rein dübeln? Ich schaff. Epi, rein. Ich mache den Yannick. Scheiße. Ich bin so ein Idiot. Hey, du willst du doch verarschen. Was machst denn du? Was ist mit dir? Die Moves und die Videos sind aber wild. Hallo? Junge. Junge. Wie er halt die ganze Zeit jetzt punkt. Kio. Das aufstehen. Ja, und die auch dann. Hohen sind, 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 Hohen sind. Hohen sind, Hohen sind, Hohen sind, Hohen sind. Ja. Medic. Hallo. Ich schaff mich aus. Nein. Ja, kipp ihm. Und weg. Perfekter Wurf, der ist irgendwo auf dem Haus gegangen. Fahre mal rechts. Aha. Krank. Ich bin im Wasser, ich bin tot. Was sind denn die? Hallo? Äh, weiß ich nicht. Au. Verzögerung. Wee. Let's go, Jungs. Ab geht's in den Fight, Alter. Wir alle zurückgehopst sind, Alter. Das ist ja krank. ETF. Das müssen wir nochmal in die andere Richtung machen. Und du hin. Tobi. Hilfe. Hilfe. Scheiße, Mann. Digga wie das aussieht Bevor Leitstädte kommen Hört sie kommt Ich würd mir sagen lassen sie haben in der Mitte ihre Geflage auf all den Beams Go Ja ein Beaver Es ja ich immer noch die Regel Ah ok da hin Ich nehm die 3 Ja ja wie viel machen sie daraus Warte wie war nochmal ihr Name? Hab sich Ah ja Ich glaub den Namen jetzt gerafft Dein Ernst Ach Das war's komplett Oh nein Ich hoff ich hab jetzt nicht rein EDM Ich hoff ich Naja alles gut alles gut Ich war nur leider nicht im Funk das war die Kacke Naja alles gut aus Ha 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 Das ist ein Kaluga gefahren Keine Zimmer Ich sag ihr gleich auch mal Hallo Hallo Sie können gleich im Gefängnis Hallo sagen Sie können gleich im Gefängnis Hallo sagen Nein Äh warte ich geh wieder raus das ist nicht passiert Was ist denn das Ich muss das rein Ist ok? Ist das eingeschraubt Ist das ein bisschen rausgefahren Nö Lass ihn da drin Ok Kacke 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 Oh Gott Kacke 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 Der wiegt 3 Tonnen mehr als du Der tötet dich einfach Drei ganze Tiger Das ist schon schwierig Während него嘆 These Kacke 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 Drei Bei uns halten Sie sich wieder in die STVO Oh ja. Tue ich. Unfall. Das war der, der am Auto-Shot dann. Anshallah, einfach schon wieder. Geh einfach da runter. Geh einfach bitte. Darf ich mitfahren. Heiner. Dein Kollege kann nicht fahren. Wir stellen mal bei dem ein. Wir haben eigentlich gerade einen Verfolgungssack. Ähm. Könnt... Könnt ihr ko... Nee, nicht bei dem. Bei deinem Kollegen. So, ich hab nix unterzeichnet. Überfahren, das hört sich von nacht. Finden sie gar nicht. 8 Sekunden Zeit, dann spreche ich dir. Willst du deine Mutter ran holen? Ich habe meinen Nagel. Neun Benza. Amos. Ehen. Star. Ist zwar nur ein Kamas. Aber ich bin krank. Kass. Weh. Da sei ich halt jetzt Rapper. Wie da hast du den Typen? Hast du's gehört? Okay, ich kann mich verkaufen. Das tut mir aber leid. Bonus. Aber wo redet jetzt noch? Jetzt drin. Halt's wohl, du Nutzer! Halt's wohl, du Nutzer! Halt's wohl, du Nutzer! Willst du in der Porno-Karre mitfahren oder bei Bimbo? Na ja. Hahahaha. 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 Gott, diesen Praktikant immer. Der kann doch was. Der kann doch was. Thorsten, der kann was. Ähm. Hahahaha. Hahahaha. Ja man, der hat die jetzt so hart beleidigt, dass die keinen Bock mehr hat. Die ist aber verschwunden so. Hahahaha. Ach du Kack. Ey, moin! Hahahaha. 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 Mohin Axel, was geht? Hahahaha. Hahahaha. Kommt ihr mit dem Ding hier angeh öffnet. Hahahaha. Fahren ich an. Ich weine! Ich weine! Die behinderten Quote bei der Polizei erst wieder. Faut da einfach irgendwas krankes, dass die definitiven Zugriff machen. Ja, ein geiler 5 Swat-Panzer. Oh, hier markiert das, komm. Ja, ich hab hier eine Bahn. Ja, ich hab hier eine Bahn. Ja, keine Bahn. Ah! Frage, wer hat sich da gerade über eine Bahn gefreut? Ich! Ey, das ist nicht dein Ernst. Ach du Kacke. Ach Junge. Du bist nicht... Du hast echt einen Widerstand für deine Kollegen umzubringen, oder? Ja! Natürlich ist eine HK-Umrückung unhilflich. Inwiefern brauchen sie denn noch Hilfe? Ich muss dann mal los... Ähm... Okay, aber fuck, was ist denn mit ihm los, Junge? Ich steh hier, oder? Der will, wo? Ich schlag die. Ich bin's einfach 5! Fulzisten? Soll ich die schlagen? Ich schlag die, okay? Einsatz? Wo ist ihr durch? Ihr Kollege ist irgendwie ein bisschen am reintrollen. Hä? Ich wollte ihn erst mal aufgerufen. Okay, wer die schlagen darf. Ja, die fährt jetzt mal runter. Ich nehme jetzt einmal die Hände über den Kopf. Ich muss jetzt hier auf sie abschließen. Äh... Oh Gott! Wir brauchen unsere Position und die Erfindung. Hier ist ein Ferrari. Der geht gar schlecht. Wir haben Probleme. Hallo? Ich bin da. Halt mit dem Bumpen. Aua! Wer will ne Geisel sein? Geil! Oh Gott! Oh Gott! Aaaaaah! Warum immer ich? Aaaaaah! Alles gut. Aaaaaah! 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 Mich oder meinen Kollegen anpacken. Alles? Dann wird scharf geschossen. Folgendermaßen wurde ich dann natürlich von Kastel gefasern. Ich wollte von Alex gefasern. Ich wollte von Alex gefasern. So viel. Ja. Aaaaaah! Hm. Mach ganz schön das Ding auf. Wo ist der Sinn? Ich bin. Idioten. Ich hoffe übrigens für uns alle, dass unsere Eltern uns nicht haben. Du bist der AR-Farmer. Ja. Aaaaaaah! Mache, Alter! Ja, Mann. Ja, ich hab jetzt den tollen Essen lieben, weil das alte. Hab immer rumgefallen. Halt immer so noch zu. Hahahaha! Hahahaha! Ah, Junge hinter dem Maul. Alter! Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, wir sind hier direkt am Krankenhaus vorne bei der Schranke. Hier liegt einmal im Brustlhaus. Wir bräuchten sie mal ganz schnell. Wo? Direkt vor der Schranke am Medikaku. Joachim. Ja, hallo, okay. Äh, holen sie mal nach oben? Ja. Ja. Hören sie das? Ja. Ja. Ich seh sie auch. Ja, ich seh sie auch. Ja, okay. Ich seh sie auch nicht. 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 Was ist denn? Hä? Was ist denn ich? Was machst du? Was machst du? Hahahaha! Als ob ich mich jetzt wieder umziehen muss, dicker. Bist du und der waf*** mit vorne jemand? Was? Hahahaha! 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 Wir haben wie gesagt nach draußen zu uns oder so. Ja, ja. Wir passen wir auf. Hast du mal irgendwo noch gekommen? Wir haben schon einen Call. Weis, der stimmt ja. Was ist das Problem aller Mal? SPRIMA! BIMAAAGAGAGAGA Einfach Disrespect, Jungs! Einfach Schädelgegebene Typen! Fick dich du Bastard! Wer ne Mama, take me home, I'll be wrong, oh Gott! Alles gut! Das ist jetzt halt... Man, die Party-Crasher! Was soll'n das? Was soll'n Party-Crasher soll'n das? Ey! Hallo! Hallo! Guten Tag! Jetzt auch Play des Jahres! So! Klopp, klopp! Wer ist da? Eine Garnace! Deine Erklärung! Verpiss dich! Ich hab Dete gekillt! Verpiss dich! Also wirklich! Bimbo-Vaya! Bah! Vaya-Knives! Mama! Ah! Ah, nein! So hab' ich eigentlich einen Traitor-Kollegen. Sonst geht's hier aber gut! Ja, alles tut es down, ne? Warum? Polizei! Oh! Oh! Oh mein Gott, hast du den Gefallen? Keine Ahnung, was dir schreit? Dann würd ich sagen, ja, juckt mich nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin tot! Auf einmal ist der da vor mir! Oh mein Gott! 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 Ich komm jetzt! Oh mein Gott! Ich bin revived! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Ja, ich boxe den! Komm her! Okay, wir boxen den! Oh Gott! Oh mein Gott! Eken ist es. Ja, Bimbo. Michael, was ist mit dir? Ich habe gerade beide gleichzeitig eine Radare gekauft. Michael, Michael, Michael. Insane, was? Insane. Bimbo. Jungs. Das muss halt eigentlich, äh, Bimbo sein. Hä? Einfach ein Brett. Einfach ein Brett. Ich war gerade am Schreiben, du Bimbo. Du bist so kacke. Ja, nehm die Teekanne. Ja. Nehm die nächste Teekanne. Okay. Nehm den Topf. Nehm den Topf. Nehm den Topf. Ach, Daniel. Scheiße, richtig loser. So, Bimbo, du bekommst jetzt eine Waschmaschine gegen den Kopf. Äh, warte, warte, warte. Das ist keine Waschmaschine. Bimbo, was hast du denn in dem Raum gemacht, Alter? Hallo, sind es nicht tot. Jetzt wird abgemackert. Kaff und Micah sind stuck. Wenn ich gleich tot bin, ist es einer von den Beinen los. Hört ihr mir bitte kurz zu, ich bin Detective. Moin, neum. Kaff gerade getötet. Der einzige der das außer Laura mir weiß ist, ähhh... Ja, ich glaube Laura wird doch nicht mehr tauschen. Ab in Hedlich. Warum? Mika, warum? Mika, warum? Alter, ich bin... Was? Warte, warte, ich hab... Äh, Laura, oben, oben, komm her, komm her. Drei Weihnachtsträume. Weihnachtsmann! Steve ist es, Steve ist es! Nick! Ich bin Stuck, ich bin Stuck. Wo ist Ben? Barnard! Racist, ey! Ich hab keinen... Oh mein Gott, Bimbo! Bimbo! Wollt ihr keinen Schuh bekommen, Freund? Falsche Richtung. Ruhige, Mann. Jungs, wollt ihr auch mal treffen, oder so? Das sind Fatten Dev. Sie will einfach Leute töten, JP. Hab ich dir gerade gesagt. Nick ballert mich einfach so. Ach, ich falle. Ja, ich hab dir auch umgeballert. Weiß ich, ich komm wieder? Bimbo! Bimbo! Ja, moin, Digga, ich geb dir Headshot und der Sniper stirbt nicht. Natürlich. Oh, Bimbo, du guter Opferkäufer! Ja, kann ich dir mich nachweisen? Ja, rip. Ja, ich aber. Hast du Aufnahmen? Ich hab ne Aufnahme. Ja, dann... Wo der Timestamp dabei ist. Ja. Was? Kann du ruhig das kurz in Endy des Games? Nee, das labert zu viel. Das labert zu viel, junger Mann. Äh. Alles. Hä? 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 Wie? Wie? Wie hab ich gar nicht gefunden? Wie? Wie hab ich gar nicht gefunden? Weiß nicht? Nein. Wie soll ich nicht wieder... 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 Ah, nee. Gibt's hier gar nicht, erstmal. Mutter nicht, mein Junge. Nur schreibt mal! Bei Selbstwerke. Alex ist wieder kurz gekommen. Alex? Ha! Aber der hat dich schon wieder nicht gefunden. Alter, was ist denn jetzt los? Hä? 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 Soll das was? Hebebühne, oder was? Einfach ne Hebebühne! Ha! 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 Hebebühne! Wie kann ich in der... Was ist denn auf Englisch? Aua! Sprinten! Aua! Sprint! Aua! Speed! Alter! Warte mal! Alter, alles greift mich an! Hilfe! Hilfe! Wasser in Reihe! Geschissen! Ja! Oh! Okay, Steven! Ich... Ich... Ich bin mal gut... Ich bin mal gut... Ich bin mal gut zum Ball. Ich glaub, da kam Landmensch. Oh mein Gott! Alt! Alt! Oh mein Gott! Leck mich am Arsch! Scheiße! Leck mich am Arsch! Äh nein! Alter, dann muss ich ja jetzt schon meinen Wein holen, oder was? Könnt ihr bitte niemanden zum Alkoholtrinken animieren? Junge! Tobi ist eh schon verloren! Also ich hab da... Komm noch einmal mit Junge und ich boxe den! Fotz! Hahahaha! 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 The Dance Cable, aber ich hab die jetzt erst mal nur... The Dance... The Dance Cable. The Dance Cable, die tanzen gerne. Äh, ja, also... Ach man! Nee. Schade. Ja, schade, also muss ich wirklich leider... Schade, ne? Weißt du, wie er erst noch gelacht hat und dann geschrien hat. Rache nennt man sowas. Rache fürs Aussetzen. Fucking Züge, Alter. Züge sind nice, Alter. Hast du mal die Größe von so nem Zug gesehen? Ja, ist echt so. Egal ob männlich, weiblich oder benutzerdefiniert... Lass mich mal kurz... Lass mich mal kurz... Lass mich mal kurz... Lass mich mal kurz... Schreit, okay? Mann! Timing! Tja... Friss die Kamera! Nein! Nein, bitte nicht! Die haben... Das ist so das letzte beim Battle Pass, das ich mich noch freigestellt hab. Danach hab ich aufgehört, ich weiß nicht welcher Season Wähler war. Sagen wir euch die Season danach, oder? Leute, wusstet ihr das Penguin? Hier bist du 40, 30 Meter weit kacken können? Junge, halt die Schnauze auf! Was ist denn denn passiert? Was ist denn so? Du machst Faxen, ich schick dich nach Sachsen! Ich werde dich bald erwachsen! Wolle! Was hat Nele hier gemacht? Ich kann nicht... Steven, was hat Nele hier gemacht? Was hat Nele hier gemacht? Genau! Glaubst du, Hans? Wenn das so ist... Das dauert Funk, Alter! Hö, Steven, halt den Maul! Oh, ne, ich... Und er verreckt einfach nicht... So, wo ist das ungefähr? Der? Ja! Ich fühl's aber, dass bei uns Gewitter ist, Digga, das ist nicht so heiß! Was, wo es nicht heißt? Bei uns, weil ein Gewitter ist! Oha, Digga, das wird geknallt! I think they'll do the thing! What do you think? I think they'll do the thing! Fuck! Do you think they know how to... I guess... Fuck! Fuck! I think it's low where the sun can't попHAみ out! That ud dass ist. Like meipto, stress! Like meipto, stress!